Alter, das wäre was ganz anderes als dieses Spielzeugauto vorher. Da kann man gerade den Elefanten ziehen. Die ballern. Ja, boi, der zieht wirklich ein bisschen ab. Hier gibt es noch ein Video, was ich mir unbedingt anschauen wollte. Wir bauen ein 25 PS Motor in ein Spielzeugauto. Mit Simon und den RealLife Guys. Simon hat ja so ein Ding auf TikTok gehabt, dass er mit seinem Spielzeugauto rumgefahren ist. Der ist ja auch hier da gewesen mit der Half-Life und so. Und dann ist er zu den RealLife-Rest gegangen, zumindest hat Simon es mir so erzählt. Und die sollten das nochmal krass umbauen. Let's go. Let's go. Fertig. Geil, Alter. Das hier ist der Spielzeug Porsche von Simon Will. Der fährt im Moment zu 5 kmh. Das nimmt es natürlich viel zu langsam. Deswegen bauen wir da jetzt richtig krasse Motoren ein. Das ist eine geile Nummer. Bauen wir, ob wir am Ende schneller sind als ein richtiger Porsche. Dann machen wir jetzt mal die ganzen unmittelten Sachen hier aus dem Porsche raus. Ich glaube aber nicht, dass die schneller sind als ein richtiger Porsche, oder? Also das kann ich mir nicht vorstellen. So ein richtiger Porsche fährt halt schon 10 kmh. Ist das eine gute Idee, mit einer Kettensäge so ein kleines Auto klein zu machen? Keiß ich mit was sonst. Casual. Und das bauen die quasi jetzt, also die letzten die Karosserie auf das Ding. Aber auch was schon nur aus Plastik ist, brauchen wir eine stabile Grundlage. Und dafür haben wir dieses Kart hier. Smart, also immer wenn es um sowas Motorisiertes geht, am besten so, ich sag mal, ein Gestell schon haben. Weil dieses Gestell mit den Achsen und der Übertragung so ist der stressigste Part. Simon, pack doch mit an. Simon, hast du schon mal eine Flex in der Hand? Äh, nee. Hast du Bock? Äh, nö. Ich hatte auch noch nie eine Flex in der Hand. Aber was sie machen, ist halt auch immer krass, muss man wirklich sagen. Das ist auch alles legit, was die machen, so richtig mit Schweißen und so. Da sind wir mit unserem Gaffer, äh, trotzdem stabiler unterwegs, würde ich behaupten. Wir haben voll unterschätzt, wie klein der Porsche ist. Deswegen können wir jetzt den Rahmen von dem Kart gar nicht wirklich benutzen. Da ist einfacher, jetzt einfach komplett einen selber aus der Stahlrohre zu bauen. Gaffer hält alles, das ist wahr, Chat. Gaffer hält einfach alles. Ich finde Schweißen so krass. Das ist ein legiter Reifen. Alter, das wäre aber was ganz anderes als die Spielzeugauto vorher. Simon, was sagst du zu deinem Drag Racer? Ich werde, ich werde gerade so excited. Das ist der Originalmotor, den wir raus... Den wir finden, Gaffer sollte man einen Nobelpreis bekommen. Sehe ich auch so. Ich habe wirklich viel mit ihm erlebt. Sehe ich auch so. Und jetzt kommen die Motoren hier rein. Der hat 36 Watt. Und die hier 18.000... Die ballern und die sind auch echt nicht günstig. Die kosten bestimmt 400 Euro das Stück oder so. Also die sind nicht günstig auf jeden Fall. Ah. So. Wir haben gemerkt, dass die Go-Kart-Räder für vorne zu dick sind. Deswegen wir jetzt Spezialreifen drauf machen. Boah, den würde ich nicht so trauen. Den Reifen. Steht da Crow drauf. Einfach Crow. Ich bin noch viel zu dick. Deswegen kürzen wir das nur runter. Das ist so klein geworden. Alter, what the fuck. So klein ist das? Wartest du gar nicht auf dem Schirm? Das ist schon ein legites Bild. Jetzt war es endlich soweit. Die beiden Rahmen-Teile konnten zusammengefügt werden. Einfach Feuerwerk noch. Ja, moin. Man kennt's. Man kennt's. Mois Craig. Das Fahrgestein hier ist jetzt fertig. Ich finde, es sieht einfach schon so nice aus. Und bevor wir jetzt die Karoß... Ach, das sind zwei verschiedene Arten von Reifen. Die drauf machen. Das ist ja wild. Wir testen jetzt einmal gerade den Motor. Wir haben jetzt hier den Regler angeschlossen. Das ist der krasseste Regler, den wir... Alter, da hätte ich einfach so Schiss, dass es explodiert. Der ist von MGM. Wir haben euch den mal verlinkt. Nochmal ganz, ganz vielen Dank an MGM, dass die uns ihn geschickt haben. Ja, ich würde sagen, ich schieße jetzt die Batterien an und dann testen wir das mal. Alter, danach, seitdem ich diese Drohne gebaut habe und ich die Batterie angeschlossen habe und da Funken rausgeschleudert kam, bin ich ein bisschen traumatisiert, was so diese Batteriestecke angeht. Genau diese Stecke, Alter. Als ich das bei der Drohne gemacht habe, gab es wirklich... Aber ich habe das Gefühl, die Real-Life-Guys wissen auch wirklich, was sie tun. Im Gesatz zu mir. Mist, was sowas angeht. Krass, funktioniert. Nice. Alter, das hat Power. Ach, verstanden, ey. Das geht so hart ab. Das hat Tempo. Ich würde, glaube ich, nicht drauf sitzen. Zack. Das ist ein Getüter-Porsche, Alter. Boah. Johannes, was machst du gerade? Ähm, ich will herausfinden, wo das Lenkrad sein muss, also wie hoch das sein muss. Weil so... Tummelkatz den Elefanten ziehen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen komisch zu lenken. Wie das aussieht. Ich bin gespannt, ob die Testfahrt. Ja, aber ich glaube... Ich glaube, das ist eines, was ich mir vorstellen könnte, wo die wirklich einen Porsche abziehen, ist halt bei der Beschleunigung. Weil es halt E-Auto ist ja, basically. Und E-Autos beschleunigen ja übel krass. Aber, also, gegen den Porsche eine Chance, wirklich haben wir ihn ein bisschen tiefer. Wie, Mann, testen wir mal die Lenkung? Sehr gut. Gaspedal auch noch. Ich mache hier unten jetzt noch eine fette Stahlplatte als Sitz rein, damit man nicht anbrennt, wenn die Akkus explodieren. Chillig, Alter. Wenn man mit dem... Also, alles easy, kannst mit dem Auto fahren. Muss nur aufpassen, vielleicht explodieren die Akkus unter deinem Arsch. Chillig. Wir machen jetzt hinten noch so einen kleinen Kettenschutz rein, falls die Kette abfliegt oder so, dass man die nicht komplett in den Rücken kriegt. Boah, Alter. Er wiegt so viel. Alter, das Ding ist wirklich schwer wahrscheinlich. Wie, Mann, wie ist das Feeling? Hast du schon auf kein Konzept reagiert? Nee, sollte ich? Bin ich da drin? Brutal. Ich kann es gerade gar nicht glauben. Vor dem Rennen gegen den großen... Lol, haben die wirklich dasselbe Modell bekommen? Das ist ja fun. Das sieht ja vollkommen witzig aus. Die Porsche haben Simon die erste Probefahrt machen lassen. Es wird jetzt also Zeit für den ersten Fahrtest und ich war auf jeden Fall schon echt gut aufgeregt, weil ich bisher einfach noch nie mit irgendwas Vergleichbarem gefahren bin und der Porsche bisher nur so 6 kmh gefahren ist. Ich habe mich erstmal so ein bisschen herangetastet, habe erstmal ein bisschen Gas gegeben. Aber dann habe ich gemerkt, ich habe echt gute Kontrolle und da habe ich mir dann gedacht, okay... Alter, das Ding ist fast. Das ist fast. Das hat Speed, das ballert. Das abging gerade. Das böllert schon richtig rein, Alter. Das Ding bekommt eine Straßenzulassung, man. Das muss auf die Autobahn. Einfach die A1. Let's go. Jetzt waren wir endlich bereit für das richtige Rennen. Ich könnte mir wirklich nur... Also ich würde so einen Lachkeg gleich kriegen, wenn der nur kurz vor dem richtigen Porsche ist. Viel zu geil. Ich könnte mir wirklich bei der Beschleunigung vorstellen, dass das was bringt. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ist der wirklich vorher? Ja, boi. Der zieht wirklich ein bisschen ab. Aber der fährt doch nicht Vollgas, der Porsche, oder? Nein, der Porsche fährt niemals Vollgas. Aber der ist schnell, der kleine. Wie schnell fährt der? Wie schnell fährt der, klein? Das würde mich nicht interessieren. Bestimmt. 30, 40 fährt der, bestimmt. Wie schnell fährt der? Alter, aber der hat schon Tempo drauf. Die höchstgeschwindigkeit, der toppe ich jetzt nicht. Aber naja, es war trotzdem ein schönes Rennen. Wie schnell war der? 50, 70? Das macht euch zu. 50 locker. Ja, ja, voll. Um zu fahren, fühlt sich so schnell. War der Porsche ein würdiger Gegner? Ich hatte am Anfang Probleme, aber dann nur habe ich es geschafft. Den Porsche zu fahren hat richtig viel Spaß gemacht. Haben die die Geschwindigkeit nicht gemessen? Warum nicht? Alter, das wäre das Interessanteste gewesen. Schreibt in die Kommentare, wo wir noch... Jungs, warum auch noch die Geschwindigkeit? Falls ihr noch Ideen habt, wie wir den Porsche weiter tunen können, schreibt das auch in die Kommentare. Ich wäre dafür, dass wir da noch einen fetten Raketenantrieb dran bauen. Es wird auf jeden Fall spannend. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Man weiß nicht, wie schnell der ist. Wieso nicht? Wieso? Jungs, da hätte ich doch einfach 100 Meter messen können und dann halt ausrechnen. Ach, Mano. Das hätte mich echt interessiert. Das hätte mich echt interessiert.